Wir sind hier in der Kunsthalle Luzern, im städtischen Ausstellungsraum hier im historischen Gebäude Burbaki, Panorama. Das ist schon so in dieser Form seit 2011 als Ausstellungsraum hier, Kunsthalle Luzern. Ich bin seit 2015 hier Geschäftsführer, schrecklich Kurator, also für die Ausstellungen verantwortlich, die zu kuratieren, organisieren und für Finanzen zu sorgen. Genau, und hier sind wir mitten in der Ausstellung von Mirko Reißer von Daim. Ja, also wenn ich zurückdenke, als ich hier vor 22 Jahren hergekommen bin, ja, es ist sehr, sehr positiv. Es war eine ganz tolle Zeit. Es war damals, ich weiß nicht, ich glaube ab 94 war ich auch schon in der Schweiz und auch schon in Luzern. Da habe ich auch Freunde hier gehabt. Dadurch habe ich hier eben auch die Schule kennengelernt. Und es war eine super tolle Zeit. Wir hatten eine tolle Szene, eine frische, junge, dynamische Hip-Hop- und Graffiti-Szene hier auch in der Schweiz und auch in Luzern. Und die zwei Jahre habe ich unglaublich viel hier gearbeitet und mich sehr aufs Experiment konzentriert, alles mal auszuprobieren. Und jetzt im Rückblick war es wirklich eine tolle Zeit. Also für mich war zuerst ja gar nicht der Wunsch da, studieren zu wollen. Es ging mir nicht darum, dass ich eine Schule oder ein Studium, eine Universität gesucht habe, wo ich jetzt studieren wollte, sondern ich habe hier Pius Portmann besucht. Er hatte hier schon oder er hat damals schon studiert, war ein Jahr oder war das erste Jahr im Studium. Und durch ihn habe ich die Schule hier kennengelernt. Und in dem Moment, wo ich in die Schule reingekommen bin, habe ich eigentlich erst gedacht, ja, das ist ja super hier, hier möchte ich auch studieren. Und dann habe ich aber schon auch gemerkt, dass es auch Sinn macht, nach sieben Jahren, die ich schon gesprüht habe, wo ich schon in der Graffiti-Szene aktiv war, das Ganze auch nochmal zu überprüfen. Was mache ich hier eigentlich? Ist die Sprühdose, ist Graffiti immer noch das, was ich eigentlich machen möchte? Oder möchte ich nicht vielleicht doch Ölmalerei machen mit Pinsel? Und dafür war das Studium wichtig, das einfach alles mal auszuprobieren. Und am Ende der zwei Jahre habe ich aber doch für mich erkannt, dass Graffiti und die Sprühdose doch mein Medium ist und auch inhaltlich das ist, womit ich mich auseinandersetzen möchte. Und deshalb bin ich mit einem sehr guten Gefühl auch wieder zurück nach Hamburg gekommen, das alles, also mich mal überprüft zu haben und dann eben auch erkennen konnte, dass ich auf dem richtigen Weg auch bin. Also die Beeinflussung der Umgebung ist im Grunde ganz wichtig und ist auch Teil. In dem Moment, wo man im öffentlichen Raum arbeitet, wo man draußen arbeitet oder eben auch in einem öffentlichen Raum drinnen, wie hier auch die Kunsthalle, dann spielt natürlich immer auch eine Rolle, in was für einem Raum man ist. Also der klassische White Cube ist ja dann doch relativ selten. Jeder Raum bringt irgendwie was Besonderes mit sich. Und daher war es mir auch ganz wichtig, im Vorfeld ja auch einmal hier gewesen zu sein. Also vor einem halben Jahr ungefähr habe ich mir hier mal die Räume angeguckt, weil ich natürlich auch wusste, es ist schon speziell. Und es ist schon auch auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen mit den Knicken, mit den Säulen. Da war auch nicht so ganz klar, wie geht man jetzt damit um. Aber ich glaube, dass ich da schon eine gute Lösung jetzt gefunden habe und dass ich bin sehr zufrieden. Und ich finde auch wirklich den Raum total spannend, weil er eben auch es zulässt, so ein bisschen was hier zu entdecken, auch mit dieser Biegung. Aber ich glaube auch, dass das Wandbild einen so ein bisschen rummotiviert, auch weiter zu laufen und auch hier nach hinten zu kommen. Ja, hier darf man relativ viel machen und sonst fragt man und ich schaue, dass man es machen kann. Also wie gesagt, es ist ein sehr ambivalenter Raum, nicht einfach, das hat Daim schon richtig gesagt. Diese Asymmetrie, leichte Krümmung, eben diese Wandpilaster, Säulenartige Elemente, die aber auch ein bisschen seltsam daherkommen von den Proportionen. Und also der seltsame Boden war mal eine Küche, also Restaurantküche ursprünglich. Ich habe ihm nicht Vorgaben gemacht, in dem Sinne, hey, natürlich wollte ich oder hätte ich gerne gehabt, habe ich auch bekommen, eine Wandarbeit. Aber so arbeitet er auch, also ist naheliegend, ich musste ihn da überhaupt nicht überreden. Die Frage war dann mehr, wollen wir noch flankierende Maßnahmen ergreifen? Das klingt so schrecklich, aber haben wir gemacht mit diesen Arbeiten auf Leinwand. Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, einfach voll auf die Wandgemälde zu setzen. Aber hier mit diesem Ausstellungskontext, finde ich, haben wir eine gute Möglichkeit gefunden und eben auch noch Arbeiten vor von 20 Jahren, die er im Schulkontext gemacht hat. Und dann kann man da eigentlich eine schöne Zusammenstellung machen, neben dem, was jetzt wirklich vor Ort direkt entstanden ist. Ja, genau, also das Auflösen der Buchstaben, meines Styles, vor allen Dingen auch so eine Art Raumeroberung. Also durch das Sprengen der Form möchte man im Grunde, also ich möchte mal gerne so einen Punkt erzeugen, wo man sieht, aha, es explodiert schon, aber es ist eben noch nicht völlig auseinandergeflogen. Und diesen Schritt zu gehen, dass es eben völlig auseinandergeflogen ist und dass es in komplette Abstraktion im Grunde landet, weil die Buchstaben so gesprengt sind, dass man sie dann auch tatsächlich nicht mehr als Buchstaben erkennen kann. Das kann ich mir tatsächlich für die Zukunft schon vorstellen, aber ich möchte, glaube ich, gerne Schritt für Schritt dahin kommen, um das auch nachvollziehbar für mich und natürlich auch für andere Betrachter zu machen. Also dass man, wenn man die Buchstaben auflöst und aufsprengt, dann eben trotzdem noch das Gefühl hat und weiß, es waren zumindest mal Buchstaben und dass es eben nicht beliebig abstrakt wird. Ja, also das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil wenn man sich mal so die Entwicklung der Graffiti-Szene anguckt, auch Richtung Streetart hat sich das Ganze geöffnet. Wenn man heute mit Urban Art eine weltweit riesige Szene hat, dann hat man eher das Gefühl, dass die ganze Welt bunt mittlerweile eigentlich sein müsste oder sie teilweise auch in einigen Stadtvierteln ist. Was schon wieder andere Problematiken mit sich bringt, Stichwort Gentrifizierung, also Aufwertung von Stadtvierteln durch Künstler, durch Streetart. Das ist ja wirklich ein Hype und es ist ja attraktiv in einem vollgesprühten Viertel heute in Berlin oder Hamburg zu leben. Und dann kommen natürlich die Spekulanten und die Wohnungspreise gehen in die Höhe. Und am Ende sind die, die die Bilder gemalt haben, nicht mehr die, die in dem Viertel wohnen. Also es kippt tatsächlich schon fast. Aber ich glaube nicht, dass es mir darum geht, alles was grau ist, bunt zu machen oder die Welt bunt zu machen, sondern meinen Anspruch für mich, für meine Kunst auf jeden Fall, sie ja auf eine hochwertige Art und Weise umzusetzen. Und tatsächlich auch, haben wir ja auch darüber gesprochen, was die Farbigkeit angeht, bin ich tatsächlich eher jemand, der das wieder zurücknimmt und ganz viel erstaunlicherweise wieder bei grau gelandet bin. Also ich verwende heutzutage und auch schon länger sehr viel Grautöne, um da tatsächlich vielleicht eher den Blick auf die Form und auf das Inhaltliche zu lenken, als viel mehr über die flashy Farben. Also die Kommerzialisierung der Szene hat vielleicht, sagen wir mal, seitdem Graffiti, Streetart auch auf dem Kunstmarkt jetzt erfolgreich ist, natürlich nochmal eine extreme Höhe erreicht. Und es ist schon, ja, es ist eben extrem geworden. Aber die Kommerzialisierung gehörte im Grunde von Anfang an dazu. Also die Graffiti-Sprüher, also in dem Moment, wo man ein Zeichen hinterlassen möchte und wo man im Stadtraum etwas hinterlässt, möchte man ja gerade, weil es auch oft so kurzlebig ist und die Sachen wieder gereinigt werden und vernichtet werden, möchte man automatisch oder hat man automatisch den Drang ja auch dazu, es zu dokumentieren. Und wenn man es dokumentiert, also fotografiert, dann muss es ja auch publiziert werden und die Publikation ja auch wieder unter die Leute gebracht werden. Und das ist der erste Schritt der Kommerzialisierung gewesen, wo Graffiti-Sprüher ihre eigenen Graffiti-Magazine rausgebracht haben und haben sie natürlich getauscht, verkauft. So entstanden weltweit und auch ganz extrem in Europa ein Netzwerk. Dann später kamen Sprühköpfe dazu, T-Shirts und, und, und. Und irgendwann ist man beim Hip-Hop-Laden, der die Sprühdosen verkauft und beim Internet-Mail-Order. Das ist einmal sozusagen dieser Merchandise-Bereich der Kommerzialisierung oder der Technik um das Sprühen herum. Aber natürlich haben wir als Graffiti-Sprüher ja auch dann relativ schnell davon träumen dürfen, damit Geld verdienen zu können. Also natürlich fängt man nicht aus diesem Beweggrund an zu sprühen als 15-, 14-Jähriger. Aber in meinem Fall zum Beispiel habe ich eben erst als 17-Jähriger angefangen zu sprühen. Und das ist schon so ein Alter, wo man natürlich auch weiß, okay, in zwei Jahren bin ich fertig mit der Schule. Und dann auch den Schritt zu gehen, zu sagen, hey, ich will jetzt mal versuchen, dann vielleicht auch hier in den nächsten ein, zwei Jahren jetzt zu schaffen, damit irgendwie auch Geld zu verdienen. Und gehe damit vielleicht auch ein paar Kompromisse ein. Aber dadurch eröffnet es mir weitere Türen. Das ist eben alles auch schon so ein Schritt der Kommerzialisierung. Und dann natürlich auch ein großer Bereich von Graffiti-Sprühern, die eben aufhören zu sprühen. Also es hören ja viele mit Anfang, Mitte 20 auf, weil dann eben das wahre Leben dann plötzlich kommt. Und Familie, Freundin, was auch immer. Oder auch die Eltern da Druck machen. Das Kind muss doch was Ordentliches lernen. Die dann eben Richtung Grafikdesign gehen, Richtung Magazin machen, Webdesign, Verlag gründen, Mail-Order, Hip-Hop-Läden, T-Shirt-Klamotten, ins Klamottengeschäft gehen und und und. Und das heißt, auch da findet eine Kommerzialisierung statt von ehemaligen Graffiti-Sprühern, die in Bereiche sich entwickeln, wo am Ende dann aber auch wieder die Graffiti-Sprüher selber von profitieren. Oder sie auch mit ihren Stilen, also als Grafiker zum Beispiel auch Graffiti ein Stück weit in ihrer künstlerischen oder grafischen Entwicklung dann auch das weiterführen können. Meine Berührungspunkte mit Graffiti waren bis dato nicht sehr hoch. Das ist eine Universitätsausbildung, Kunstgeschichte. Ich habe es vorhin erwähnt, es wird manchmal ein bisschen außen vor gelassen. Manchmal zu Recht, finde ich. Manchmal aber auch völlig zu Unrecht. Das jüngere Phänomen, du sagst, du bist von 50 Jahren, ich bin noch gar nicht so alt, also das kenne ich noch gar nicht, aber so diese, was ich erfahren habe, die letzten 10, 15, 20 Jahre vielleicht, merke, das wird institutionalisiert, es kommt mehr, man liest mehr Berichte, es werden, das hast du mir gesagt, auch Doktorarbeiten geschrieben, also es wird wissenschaftlich aufgearbeitet. Ich kann jetzt die Frage nicht so bearbeiten, ob ich jetzt illegale Grafitis hier fördern würde, würde ich schon mal sagen, nein, also ohne groß zu überlegen, also warum sollte ich das tun, es gibt viele andere Kunstschaffende. Ich bin auch keine Urban Art Gallery, ich bin keine Street Art Gallery, ich werde keine werden. Wir haben doch im Zuge, dass wir das Publikum gemacht haben, gewisse Anfragen bekommen, aber ich möchte jetzt nicht einmal im Jahr sagen, will ich jetzt Street Art. So weit bin ich nicht, das werde ich auch nicht komplett alleine entscheiden, also solange ich hier bin, vielleicht doch, aber das ist jetzt mehr, es sind ja vielleicht nicht, ohne das jetzt falsch zu verstehen, es sind auch nicht die ersten Beweggründe gewesen, warum ich da ihn eingeladen habe. Also klar, Graffiti mal zeigen, wir haben es hier noch nie gehabt, er hat in Luzern studiert vor 20 Jahren, also da ist so eine gewisse Verbindung da, dann ich habe ihn nicht als den Graffiti-Künstler, wie ich ihn mir in meinen Klischeevorstellungen vielleicht gemacht habe, angetroffen, kennengelernt, er hat ganz anders argumentiert, ganz anders gesprochen, sage ich jetzt mal, was mich vollkommen überzeugt hat, fasziniert hat, und das braucht es, um hier auch eine Ausstellung, sage ich mal, zu bekommen oder eine Einladung, aber das ist mir dann eigentlich egal, ob er sprüht, klebt oder klassische Malerei auf Leinwand, ja, also wenn das stimmt, wenn das ist Kunst oder bildende Kunst, dann lasse ich mich auch von etwas überzeugen, auf jeden Fall, ich bin neugierig, ich möchte mich auch verbessern im Sinne von mehr Erfahrung haben, und das ist eine neue Erfahrung, sei es nur schon mit dem Sprachapparat, der ein bisschen anders ist, ich erhoffe mir auch ein bisschen Publikumsdurchmischung oder etwas Aufbrechen, also wie auch er Grenzen im Graffiti aufbricht, versuche ich das mit der Institution ein bisschen zu tun, ich habe ja auch arriviertere Künstler aus der lokalen Szene, der eine kommt aus Hamburg, also eine internationale Ausstellung, was auch nicht alle Jahre jetzt einfach so vorkommt bei uns in der Kunsthalle, aber ich schreie jetzt nichts und verschließe nichts, also wenn da wieder mal eine Möglichkeit da ist, dann prüfe ich das genauso, wie ich das jetzt gemacht habe und würde dann wieder eine Einladung formulieren, ja, auf jeden Fall. Wenn man als Künstler Ausstellungen machen möchte und jetzt nicht nur im öffentlichen Raum arbeiten möchte, und das ist mir ganz wichtig, also ich sehe mich, klar, ich komme von der Straße und das ist mir auch wichtig, aber ich habe ja auch tatsächlich schon 1990, also ein Jahr, nachdem ich angefangen habe zu sprühen, schon meine ersten Leinwände gemacht, ich habe 1991 schon die erste Galerieausstellung gehabt und auch damals schon in einem Museum mitgemacht. Dann, also die Präsentation oder das Arbeiten in geschlossenen Räumen ist für mich im Grunde in dem Moment, wo es ein Museum ist oder wo es eine städtische Galerie ist oder wo es eine Kunsthalle ist, auch ein öffentlicher Raum. Es ist zwar innen, aber es ist eben auch öffentlich, erst recht, wenn es sogar keinen Eintritt benötigt wie hier, also wo Eintritt frei ist, dann ist das nichts anderes und es ist eben dann eine weitere Raumeroberung, also man hat den Stadtraum für sich erobert und dann erobert man die anderen weiteren öffentlichen Räume. Deshalb ist das die schönste Form als Künstler, auch gerade, wenn man auf Wand arbeitet, sich zu präsentieren ohne einen kommerziellen Aspekt sozusagen. Also genauso wie ich draußen ja auch meine Kunst mache und ich rede jetzt nicht von Auftragsarbeiten, wenn ich meine freie Kunst draußen mache, spielt das finanziell ja auch überhaupt keine Rolle. Also ich kriege dafür kein Geld, mich kostet es auch nichts, also außer das Material vielleicht und den Arbeitsaufwand und so, klar, aber es ist etwas anderes wie eine Auftragsarbeit, wo man ja auch einen Auftraggeber, naja, wo man ja mit einem Auftraggeber zusammen vielleicht etwas entwickelt. In dem Moment, wo man seine freie eigene Kunst macht, ist das das Schönste, was man als Künstler natürlich machen kann. Und das funktioniert natürlich in einem öffentlichen Kunstraum, wie einem Museum, dann natürlich viel besser als in einer Galerie, wo du ja in erster Linie etwas präsentierst, was zwar auch ja deine Kunst ist, aber was natürlich auch verkaufbar sein sollte. Weil es, also klar, da sind wir wieder bei der Wandarbeit. Warum eine Wandarbeit in einer Galerie sprühen, wenn man sie doch nicht verkaufen kann? Das macht keinen Sinn, das würde der Galerist im Grunde nicht mitmachen. Und als Künstler kann man auch sagen, ja, bringt ja eigentlich nichts. Und sich davon lösen zu können, eben an so einem Ort wie diesem, finde ich schön, aber ich finde es eben auch schön, trotzdem hier auch Leinwandarbeiten zu zeigen, also obwohl man sie in diesem Fall, es sind Leihgaben, sie gar nicht verkaufen kann, oder man kann sie eben nicht kaufen. Aber ich möchte natürlich trotzdem zeigen, dass ich nicht nur Wandarbeiten mache und auch die kleinen Arbeiten, die Radierungen, die Drucke, Editionen, die Schablonenarbeiten, das ist, all das gehört eben auch zu meiner Arbeit und das macht es so vielfältig und für mich so spannend. Ja, klar, also ich sprühe, also bin ich, oder ich schreibe, also bin ich. Das ist sozusagen das Grundfundament von Graffiti und ich glaube, das ist aber auch ein Grundbedürfnis des Menschen überhaupt, sich zu verewigen, etwas von sich zu hinterlassen, auch ortsbezogen zu zeigen, hier war ich, aber vor allen Dingen eben damit, es gibt mich, deshalb kann ich, ich kann ja nur hier sein, weil es mich überhaupt gibt und das ist natürlich auch ganz extrem in meiner Arbeit zu finden, wenn man 30 Jahre seinen Namen schreibt und dadurch ja sich ganz intensiv mit sich selbst auseinandersetzt, dann ist das natürlich ganz klar das Zeichen, hier bin ich, es gibt mich. Ich habe Sache immer ganz oft und das, finde ich, trifft es ganz gut auf den Punkt, meine Bilder sind im Grunde Selbstporträts, also ohne, dass ich figürlich, ohne, dass ich mich als Mensch darstellen muss, sind meine Bilder doch, sagen eben eigentlich alles aus.